Hallo da draussen, wir spielen weiter Planetary Annihilation Titans Enemy Commander Detected Subkommander So, das war Planetary Annihilation Titans Nein, Scherz. Ja, das Spiel ist abgestürzt. Ich werde es jetzt mal neu starten Halte ich auch Schlagen nicht mehr Galactic Map Online. Files selected Ob da irgendwas so nicht stimmt oder ob das jetzt nur Zufall war Ja, erste Karte dauert ein bisschen länger zum Laden, wie immer Das ist natürlich nervig Aber, kann man nichts gegen machen Der lädt, der lädt, der lädt Da kommen Latsch uns hinter Ist doch nur ein Planet gewesen, oder? Möchle Der lädt, der lädt, der lädt, der lädt, der lädt Dann bleib ich nicht lange auf dem Planeten, sondern hau fix hier ab. So, Vernichtung starten. Wie gesagt, ich hau dann einfach fix hier ab. Ich hab dann nur mein Commander auf den anderen Planeten. Wobei, da könnte auch ein Gegner sein. Na ja, ich hoffe, dass beide hier sind und nicht einer hier und einer drüben. Denn ich will unbedingt die Kanone aktivieren. Also, macht schneller. Ihr kleinen nervigen Roboter. Na, ich kann hier... Na, super, ich kann jetzt hier nicht bauen. Wo muss ich noch da beratieren? Komm, glaub mal rum. Da. So. Aber... Ich darf natürlich die Möglichkeit nicht auslassen, dass... Wir denken, wirklich... ...der andere ist. Was ziemlich blöd für mich wäre. Nicht, ist alles... Ne, sind beide hier. Sind beide hier, super. Geht nur noch da. Schon wirklich weit auf dem Planeten hier zu sein. Das ist natürlich super. Dann baut ihr... ...Verteidigung. ... ... Dich brauche ich noch? Noch zwei Stück. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Nein, nein, hier kommt nichts. Einfach auch genug Verteidigung. Und natürlich dahinter Luftverteidigung. Die Basis an sich ist mir scheißegal. Geht mir nur darum. Ja, schön. Ich brauche nur einen davon. Ja. So. Ähm. Komm, eine verwitzelte Roboterfabrik. So. Wie viel habe ich hier? Drei. Vier, fünf. Okay. Das reicht. Oh, der hat meine Roboter innen vernichtet. Komm, lauf schneller. Wird den wahrscheinlich nicht schaffen. Nein, wird er nicht schaffen. Aber ist egal. Ich will nur auf den anderen Planeten. Äh. Laden. Ich will einfach nur auf den anderen Planeten. Was hier ist, ist mir vollkommen Latte. Ja, nicht vollkommen. Ich brauche halt die Ressourcen, die hier sind. Aber ansonsten. Ist mir doch schon relativ egal. So. Wo fange ich denn an? Hier mitten drauf. Entladen. So. Okay, 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 okay. Jetzt natürlich ein bisschen risikareich, was ich jetzt mache. Komm, lauf schneller, lauf schneller. Ja. Mal reparieren. Mal da. Hier habt ihr alle bei der Bau von der stärkeren. Äh. Verpasserten Fabrik, meine ich. Wie war das hier entfernt? Ach, der ist am. Alter Falter. Der ist ja wirklich am Arsch der Welt. Im. Arsch ist. Sonnensystem. Komm, hier reparieren. das ist schon angekommen natürlich nicht weil das so weit weg ist zwei von euch mal sehen ob die überhaupt so weit kommen wahrscheinlich kommen die gar nicht so weit die werden wahrscheinlich vorher abgeschossen ja krieg ich hier noch einen eingebaut ja so erstmal ein paar verbesserte die kann ich auch direkt dann sind wir noch nicht da vielleicht krieg ich genug metal kommen hier reparieren hier reparieren ja metal ist wirklich ein bisschen wenig na komm flieg doch schneller ist ja weit weg ja komm ich noch einen verbesserten erstmal hier ein bisschen mehr metal bekommen aber sie kommen sie kommen dann näher oh schön Schön, äh... So, schön, 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 schön. So, erstmal eine verbisserte Hinsetzung. Und dabei, ich schiebe da schon mal einen hier rum, der schon mal hier die einnimmt. Und dann wieder kommt. Und den anderen, der nimmt die ein und kommt dann auch wieder. Ihr geht nochmal zurück. Oh, ich brauche hier nicht mehr, aber wirklich. Ah, ich habe dafür kein Metall, ich habe dafür echt kein Metall. So. Komm, hier reparieren. Und die auch reparieren. Ah, da lautet allzu jetzt so langweilig, weil ich kein Metall habe. Scheiße. Ah, die Verteidigung steht. Ne, ich lasse alles zusätzliche Bauerei sein. Bis auf die, äh... Metallbohrer hier. Oh, ich habe meinen Namen gemerkt. ... ... ... ... Oh, 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 oh! Okay, ich brauche wohl ein bisschen auf die Tat, die Taddy-Rolle. Hier können wir zu drück gehen, zu drück, zu drück. Ja, hier sieht es langsam echt ätzend aus. Oh, ich kriege Metall rein. Die brauchen einfach nur Stammzold. Na, hier, super, verbesserte. Zehn Stück direkt. So, ihr macht den ganzen Planeten. Na, komm. Ich dachte, ihr macht... Hey, den ganzen Planeten. So. Hm? Wieso machen wir das nicht? Die ganzen... Hallo, die ganzen Planeten? Nein, jetzt machen sie es. Okay. Roger, Roger. So, er hat eine verbesserte Antenne. Dann eine Orbital-Verteidigung. So. Ja, ich kann die Katilisatoren bauen, super. Dann brauche ich ein bisschen Energie. Wo brauche ich Energie hin? Hier. Hier brauche ich Energie hin. Hier. Hier brauche ich Energie hin. Ich schaue es auf den Planeten aus. Die halten noch, die halten noch Stellung. Super. Reparieren. Nein, nein, nein. So, ab jetzt wollen wir nur noch verbesserte Geschütze. Hallo? Ich sage, da wird es nur noch verbesserte Geschütze. Ich sage, da wird es nur noch verbesserte Geschütze. Ich sage, da wird es nur noch verbesserte Geschütze. Und natürlich verbesserte Anti-Air. Nein, nein. Oh, er greift schon mit seinen Commander an. Wir kommen hier drei für... Ist natürlich super. Schick deine Commander mal hier in den Tod. So, hier zwei... Au, 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 au. Der hat auch schon hier Scheiße. Oh, ich halte Verteidigung. Ich brauche keine Wartung mehr von dem. Ich halte dich mal, irgendwo. Ich halte dich mal hier. Sorry. Ich habe dich mal hier, wo. Totale Abschüttung und dann Anti-Erde-Winter. Wie kommt der denn so schnell hier hin? Oh, schön. Unendlich. Wo ist hier eigentlich meine... ich habe doch welche hingeschickt. Da, komm mal. So, ein Commander weg. Da ist ein Marana da. Und der ist jetzt schon auf der anderen Planeten. Auf meinen Glück. Da, komm mal. Da, komm mal.